Wir waren weg! Wir waren weg! Und fahren wir einfach mal los. Gut. Ja, hier kommen momentan ja nur stockend neue Folgen. Aber wir werden uns bemühen, so viel wie möglich unseres Programms... Na, wir werden fahren, du im 5A1-Türt. Wir werden versuchen, so viel wie möglich jetzt auf die Roadshow-Save vom Programm beizubehalten. Mann, ist das laut. Ach, ich ändere, ist gar nicht egal. Naja. Ich muss hier noch was ändern beim OMC Modpack, weil ich schon wieder irgendwas beim XVM Mod verstellt habe. Die Statistiken werden nicht angezeigt oder teilweise ziemlich falsch wie jetzt. Aber gut. Scheint hier nicht so, dass was kommt. Oh. Unruh. 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 Alter, ich bin abgeprallt, ernsthaft? Gut. So wird das hier mal nix. Alter, der KV-1S ist schon fast hinten bei denen. Da hinten steht ein Hellcat, die könnte ich mir mal nehmen. So, jetzt aber weg hier. Hier stehen eher ein paar Kollegen. Interessantes Gefecht, muss ich schon sagen. Die Hellcat, da kriegt nix mit. Der Jackson, der war hier, glaube ich, oder? Oh yeah. 30-fach Zoom ist natürlich voll OP. Jackson steht auch nicht mehr lange. Den Jackson, den haben sie schon. Fuck, vorbeigeschossen. Oh je. Got it. So. Next one. Einfach mega OP hier gerade. Zu der Hellcat darüber komme ich ja nicht. Aber, ne, ich fahre hier nicht hoch. Weil, ich bin ja wahrscheinlich gleich offen. Also, ich bin ja nicht mehr auf der Hellcat, den haben sie gleich. So. Schon 1200 Damage. Da unten ist nur noch der VK, den haben sie eh gleich. Nur noch der Jagdpanzer und wir haben das Match eigentlich schon so gut wie gewonnen. Und, ich krieg die Kurve nicht. Da hinten ist noch der Jagdpanzer, wie wir hier noch sehen können. Hier irgendwo. Hier. Hoppala. Weg ist er und wir haben gewonnen. Gut, geht. Ist ja in einer neuen Runde. Wie bei World of Tanks. Aber was wir uns jetzt natürlich schon noch ansehen, sind die Grades, die ich bekommen habe. Das dürfte eh einiges sein. Nehme ich mal an. Wow, richtig super Match. 20.000 Credits. Erfahrung ja nicht so rosig, ist ja nicht. Überlegenheitsabzeichen, Zeit der Klasse und Panzermeisterschütze. Gut. Bis zu einer neuen Runde bei World of Tanks. Hier bei Exitus. Abonnieren, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. Bis bald.